Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4 Online Multiplayer. Ich will irgendwie immer GTA sein. Oh ne, bitte die Schuhe wieder. Warte ich nicht. Die CD muss aber drin sein bei Battlefield 4. Ich weiß gar nicht, ob ich meine drin bin. Ey, entblickt einer, entblickt gut ab. Ach shit, es ist ja Eroberung. Oh mein Gott, ich dachte gerade das wäre vorher. Weißt du dass er besser war von der letzten Folge? Ja. Ich war geistig noch bei Vorherrschaft, deswegen bin ich zu Fuß losgekommen. Ja, ich glaube das würde nix mehr heute. Hat sich aufgehangen. Hat sich aufgehangen? Oh, wir sind hier noch online. Ach Luke, es ist online. So. Kann man vielleicht, kann man die Battlefield 4 irgendwie benden? Ne, kann man nicht. Jetzt müssen wir mal starten. Was passiert denn? Hä? Hä? Timing ist ein Bildschirm. Ich glaube ich muss meinen Xbox ausschalten. Es wird nix. Äh, tropf. Kühl. Ach geil. Damit bin ich gerade weg. Oh, ich höre dich noch. Hallo? Ja, ja, ich bin noch da. Ja, das ist diesmal. Der ist gut. Mach's für uns wieder aus. Musst du die Leute unterhalten, Paul? Ja, mit dem, mit dem dreifach Kill. Sehr gut. Weißt du, warum bist du weg, dreifach Kill? Gut unterhalten. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Weißt du, das ist gut, wenn man sowas zu Anfang macht. Weil jetzt denkt man sich, mach das nochmal. Nur einen dreifach Kill macht ihr auch nicht. Weil ich dafür viel zu unkompetent bin. Du musst jetzt gucken, so dass wir das Video mindestens fliegen suchen. Weil sie denken, ja, der nächste guckt bestimmt. Oh yeah. Dann sehen wir nun, das Video ist ja schon vorbei. Irgendwann. Nee. Nee, eigentlich nicht. Nicht ganz. Weil wir werden gerade wieder zerstört. Anscheinend ist der Highstore zu einer Position feindlicher Panzerwagen im Einsatz. Ist mir jetzt weiß ich überhaupt nicht zu mir welcher sind. Ich wurde jetzt zehn jetzt. ok jetzt habe ich keine munition alles richtig gut mit nächsten schon heute oh mein Gott immer leise ja und dann werde ich natürlich von hinten mit der schnellen Schusssniper anledigt Alter diese Kinder haben so geschlagen wer wird geschlagen? Alter mit der schnellen Schusssniper zum Nuss heute ich bin noch bei an xbox live an ich bin ich bin auch okay ein prozent leben weiter also ohne sound ist schon ziemlich scheiße ja für mich geht das spiel ja wie gesagt immer um es nicht eigentlich ja ich weiß aber ich bin nicht gewöhnt ich muss hören wenn die gegner kommen oder auf mich schießen ich brauche auch ne ne reaktion halt vom ton ja dieses spiel speichern automatisch starten an bestimmten punkten schütteln mit wann er wieder zeigt und er hat sich mit da schnell schluss mit dem kreis gedreht erlaubt mit richtig erlaubt mit richtig 8 ich bin jetzt eigentlich alle Meilungen nochmal Alter der kommt natürlich aus der Ecke irgendwie nicht ich hab den Defi in tausend Jahren freigeschaltet schön immer noch besser als hier ich 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 glaube ich nicht ich bin in der Warteschirm in deinem Server in dem Server möchtest du nicht anders in dem Server kommen Paul ich bin in die Aufnahme soll ich wie du willst keine Ahnung Position 1 von 1 ich fahre gerade Jets ok ich fahre nicht mehr Jets das hat keiner gesehen bist du tot ne ich bin gestern ja ich ich crew okay andere sowas ok sieht gut aus ok jetzt nicht raus und weg vielleicht jemand zufällig ich bin dein und hier und Paul weißt du was ist der tot der war eben so geil einfach nur oh mein Gott ey scheiße war das schlecht wie lange lebt ihr denn jetzt schon wieder hier naja weißt du wir soll in der 24 in unser Auto machen ich steck da aus er steckt ein und auf ja nicht mit dem dick oh mein Gott Paul weißt du was ich bin sogar in dein Team gelandet und ich bin sogar in deinem Squad gelandet das ist nicht unglaublich geil was bist du denn hier schnucki ich probier jetzt nur irgendwas hier zu weissen oder Alter ich fahre anders wir gehen baden ich fahre richtig gut ja ja oh mein Gott ah fuck 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 was ist das gesehen ich spawne wir spawnen bei Riddl Riddl Lippe Ach Riddl, Riddl mein Nippel. Riddl mein Nippel. Ist ja ein geiler Name. Alter, wenn ich mich verabrede. Oh, Alter, genau! Warte, Hore, kannst du mich nicht da übernehmen? Ich glaube, ich bin ganz schön weit weg von dir. Alter, wieso bist du über Riddl mein Nippel gestorben? Bin ich, aber du bist ja gleich weggelaufen. Oh, ich komme hier nicht hoch. Ich glaube, ich bin wohl nicht bei dir. Das geht so. Warte, komm schon. Was ist denn Back hier? Was willst du denn, der Back hier? Ja, du bist gut. Ja, ich backe Kuchen. Ja, ich wusste. Ach, hier ist ein Light, ja. Hoppala. Erstmal war er genau vor mir. Die Strömung ist ja hart. Paul, wo bist du? Ich bin bei... bei B. Ja, ich komme hier. Hinter mir? Die Knie wird's gar nicht. Immer hinerobert. Ich hab den nicht mal gesehen. Ich war einfach irgendwo hingeschossen. Mann, ey, komm jetzt. Ich bin so weit im Jorge. Ich bin. Alles von Böden. Knie will das noch etwas. Ich bin. Ich bin. Alles. Ich bin. Alles. Das ist ja auch. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Was ist. Bis zum nächsten Mal.